Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen feinen Special, was wir machen wollen. Newsflash. Ja, genau. Es hat eine Anhörung zum Thema UAPs, so muss man es ja sagen, Unidentified Aerial Phenomena. Das ist die moderne Variante der UFO, der unidentifizierten Flugobjekte. Genau, der US-Kongress hat sich mit dem Thema beschäftigt und zwar nachdem ein Whistleblower aufgetaucht ist, der selbst aus Geheimdienst- und Navy-Kreisen ziemlich hochrangig stammt und eigentlich so der perfekte Zeuge dafür ist, zu berichten, was die Regierung so in Sachen UAPs möglicherweise vertuscht haben könnte. Und wenn man jetzt so in die sozialen Netzwerke reinschaut, dann findet man immer wieder die Schlagzeile US-Regierung bestätigt die Existenz von Außerirdischen. Und jetzt haben wir immer gesagt, wenn dieser Fall eintritt, das haben wir in all unseren Folgen, wo es um außerirdische Intelligenzen ging, immer wieder gesagt, dann machen wir eine Special-Folge. Und scheinbar gibt es jetzt ja diese Bestätigung der US-amerikanischen Regierung. Und deswegen machen wir eine Special-Folge. Aber ihr merkt schon an meinem Zögern, dass es das nur scheinbar ist. Denn, wenn wir genau hinhören und genau darauf achten, was Herr Grosch gesagt hat in dieser Anhörung, dann sagt er nämlich, dass die US-amerikanische Regierung im Besitz von UAP sind, die Non-Human-Biologics enthalten. Das ist das, was er dem Kongress gesagt hat, wo man jetzt weiter nachforschen will, was ja toll ist, dass man das auch tut und ernst nimmt. Aber was heißt denn das? Ein nicht identifizierbares Phänomen in der Luft, so müsste man es vielleicht bezeichnen, kann zum Beispiel auch ein Meteorit gewesen sein, den man erstmal nicht identifiziert hat. Und selbst wenn es hergestellt wurde und nicht natürlichen Ursprungs ist, ist immer noch die Frage, ob dieses Objekt tatsächlich von Außerirdischen, von Aliens gemacht wurde. Es gibt Medien, die so ein bisschen dahingehend berichten, dass er das angedeutet haben könnte. Und das, was er so im Vorfeld der David Grosch, der Navy-Offizier und Geheimdienstmitarbeiter, erzählt hat, das ging auch so ein bisschen in die Richtung. In der Anhörung war es dann allerdings ein bisschen mehr offengelassen. Und bei vielen Fragen, die ihm gestellt wurden, da war dann auch so der Anklang, das kann ich jetzt hier unter diesen Umständen öffentlich nicht erzählen. Da müssen wir ins sogenannte SCIF, also in abhörsichere Räume gehen und das wirklich ganz unter dem Siegel der Verschwiegenheit besprechen. Um es nochmal konkreter zu fassen, er hat in Fernsehinterviews außerirdische Flugobjekte, Raumschiffe beschrieben, die im Besitz der US-amerikanischen Regierung sind. Und das hat er in dieser Anhörung unter Eid, Under Oath, nicht getan. Er hat gesagt, sie sind im Besitz dieser nicht identifizierten Phänomene am Himmel, also Unidentified Aerial Phänomena. Und wir müssen nochmal genau hinhören, was er gesagt hat zu den biologischen Substanzen. Es sind Non-Human Biologics. Wenn man das übersetzt, dann ist es biologische Masse, die nicht von Menschen stammt. Ich überspitze mal. Es könnte theoretisch auch eine Drohne sein, die in eine Gans hinein geflogen ist und beide sind abgestürzt. Und man hat in dem Moment nicht erkannt, dass es eine von Menschen gesteuerte Drohne ist. Dann wäre es ein Luftphänomen, was man nicht einordnen konnte und die biologischen Spuren, die man gefunden hat, sind nicht von Menschen. Das klingt jetzt natürlich sehr überspitzt und fast ein bisschen lustig. Ich will aber nochmal deutlich machen, dass wir im Moment zumindest nochmal vorsichtig sein sollten, davon auszugehen, dass wir Raumschiffe mit außerirdischen Intelligenzen jetzt schon bewiesen haben. X-Files, genau. Ein weiterer wichtiger Punkt, den wir auf keinen Fall vergessen dürfen, ist, dass er diese Dinge alle nicht selber gesehen hat. Und er hat auch die Aussagen auch nicht aus erster Hand, also alles sozusagen selber gesichtet und dokumentiert, sondern er hat eben mit Zeugen gesprochen, also mit weiteren Personen, die zwar auch diesem Umfeld entstammen, aber die wesentlich schwerer zu greifen sind. Und insofern haben wir da jetzt eben nicht diesen perfekten Augenzeugen, der das alles selber erfahren hat und dann an die Öffentlichkeit bringen will, sondern jemanden, der wirklich erstmal das Wissen von anderen weitergibt und trotzdem auf Transparenz drängt. Und das wiederum finde ich eigentlich ganz gut. Also, dass da Dinge aufgedeckt werden und dass darüber gesprochen wird, finde ich super. Ich fände es unfassbar spannend, wenn es tatsächlich wissenschaftliche Belege dafür gäbe, dass wir Alien-Encounters hatten, dass so etwas hier auf der Erde existiert und dass man das unter Umständen untersuchen kann. Denn das würde die, ich hoffe mal, ich spekuliere jetzt mal ein bisschen, vielleicht würde das die Menschheit ein bisschen weiter zusammenrücken lassen, aber da würde ich mich jetzt wahrscheinlich verzetteln, wenn ich da weiter drüber rede. Was David Grush aber auch noch angedeutet hat, und da wird es dann wirklich ein bisschen ungut, dass er mit sehr, sehr brutalem Widerstand zu kämpfen hatte. Also, er versucht schon lange, das alles zu dokumentieren und ist auch schon lange für Transparenz auf diesem Gebiet. Und er hat eben gesagt, er musste schon sehr viel aushalten. Er selber hat eher so von Administrative Terror gesprochen, was so ein bisschen so Verwaltungsterror, also da wirklich so verwaltungstechnische Hindernisse, die ihm da wirklich entgegengesetzt wurden und die ihn daran hindern sollten, zu dokumentieren und aufzuklären. Aber er berichtet eben auch davon, dass Personen in seinem Umfeld, von dem er gehört hat, verletzt wurden bei dem Versuch, da Dinge zu vertuschen. Und da wird es dann natürlich kriminell und ungut. Und wenn das stimmen würde, wenn sich das als real herausstellen würde, das wäre natürlich auf jeden Fall untersuchenswert. Und im Übrigen ist es schon spannend, dass da die Überparteilichkeit auch mal wieder greift, dass sowohl die Republikaner als auch die Democrats in den USA da zusammenarbeiten wollen. Und ich hoffe, das dient eben nicht nur der Ablenkung von den irdischen Themen, sondern tatsächlich der Aufklärung. Also, so richtig bewiesen sind die Außerirdischen, die hier gelandet sind, noch nicht. Aber immerhin… Wir sind noch nicht bei uns im Vorgarten gelandet. Nein. Immerhin ist das Thema weiterhin spannend. Wir schauen genau hin. Nur wollen wir ein bisschen einordnen und wir müssen da auch ehrlich bleiben und müssen sagen, nein, die US-amerikanische Regierung hat aktuell noch nicht die Existenz außerirdischer Intelligenzen auf der Erde bewiesen. Und ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Wir warten es weiterhin ab. Aber mal gucken, was noch kommt. Genau. Also insofern immer schön skeptisch bleiben. Das ist unser Motto. Und wir bleiben dran. Und wenn es was Neues gibt, melden wir uns. Vielleicht sogar dann auch wieder mit BILD. Macht's gut. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie da schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla unterstützen geht dabei ganz einfach. Zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf huxilla.com unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.huxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcastseiten, die uns führen.